Hallo, herzlich Willkommen bei MeinWing Let's Play Hertha. Dieses Spiel musste ich leider zusammenschneiden, weil es ein paar Probleme bei der Aufnahme gab. Aber ihr verpasst gar nichts. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Zusammenfassung von Hertha gegen Hannover. Ohohohoho. Ohohohoho. Schade, Paloon. Oh, was für ein schöner Spielzug gewesen. Ja, knapp. Ja, war knapp. Nein! Wo ging der denn hin, ey? Ja, da muss der 3 Meter groß sein, ne? Da kriegt der den Ball. Ja, ist ja gut jetzt. Das war Heitinger, ne? Ja. Ja, genau, genau. Abseits. Ah. Oh, Kalou, 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 Kalou. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, Hosegai. Kein Kopfballspieler. Ja, aber Ronny. Wie sieht ein Ronny da aus? Sieht ein bisschen komisch aus hier gerade. Ähm, ja. Alter. Alles gut. Oh, Mann! Oh, da wollte ich gar nicht hinspielen. Toppass. Ah, schade. Hallo! Ich wollt grad sagen, ey, wirklich. Wenn das kein Foul war. Oh, Stocker. Sollte lieber einen Rechtsfuß schießen, endlich. Hm. Oder Ronny? Kalou? Warte mal. Ach so, jetzt bin ich auf einmal? Ja, aber ich hab gewechselt. Ja, aber ich hab gewechselt. Was für ein Tor. Was für ein freches Tor von Kalou. Ich raste komplett aus. Was für ein Tor. Ey. Alter. Was für ein Tor. Oh. Aber wirklich zu den Winkel, Alter. Oh, mieses Ding, ey. Oh, mein Gott, Alter. So, das war die Zusammenfassung von Let's Play Hertha gegen Hannover 96. Und mit diesem schönen Preisschusstor verabschiede ich mich. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Also, bis denn. Ciao.